Hallo und willkommen zu diesem Tutorial. Hier werdet ihr lernen, wie man einen versehentlich in Caps geschriebenen Text in Word noch retten kann. Damit müssen wir einfach den betroffenen Text markieren und hier das Menü öffnen. Hier sind mehrere Optionen, unter anderem auch die Option, den Text in Kleinbuchstaben umzuwandeln. Jetzt ist natürlich leider alles klein. Dafür gibt es noch die Option, den Satzanfang groß zu schreiben. Den Rest müssen wir aber selber korrigieren. Hier sind noch mehrere Optionen, die für euch vielleicht nützlich werden könnten. Unter anderem auch die Option, immer den ersten Buchstaben jedes Wortes groß zu schreiben. Oder was auch nützlich für Überschriften sein könnte, alles groß zu schreiben. Das war's doch schon. Wenn das Video hilfreich war, lass es uns unten in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lass uns doch ein Like da und abonniert den Kanal für mehr Videos. Ciao.